Erster Wurf, da halten. So, was sehen wir jetzt? Isolation, wir haben es vorhin angedeutet. Also, das... Da ist die Lücke. Geht da rein, wir haben die erste Magdaloner Führung. Das kam in der Auszeit jetzt nochmal deutlich raus. Und drauf aufs Zentrum, klar. Wo gehen wir schon durch? Ja, gut, sie werfen natürlich aber auch. Und Saugstrupp als Zweiter in den Kreis. Lagergren, da kommt Felix Klar. Ja! 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 Ja!